Ich muss... ich muss näher ran! Jetzt ist er weg! Nein! 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 Das muss dann! Gib mal Gas! Das geht nicht! Gib mal Gas! Das geht nicht! Ich kann ja nicht! Das geht nicht so eng! Ich muss so! Los! Ich wollte... Eigentlich muss die Dose so! Na ja? Du hast ihn früher nachzwischen gehalten! So muss er es eigentlich! Da fehlt noch was! Ich muss so basteln! Eine Minute, 37 Sekunden später Jetzt zeig mal deinen Zaun! Jetzt sag klar! Gib mal einen Begrenzer! Erzähl alles mit... Ey! Süß! Süß! Ich weiß nicht! Da ist immer ein Loch! Oder verbraucht die gar nichts! Da ist ein Loch! Das ist Käse! Das ist Käse! Hört mal, hört mal! Das war schon Loch! Warte mal! Lass mir doch gut auf den Wappen! Ach, den Wackersack! Nein, falsch! Hört mal! Hehehehe! Ich geh mal etwas her dran! Das ist die Fremde, was? Ich hole dir einen runter! Huhuhuhu! Ich würde in der Richtung schießen, so ein bisschen alle Strecke raus. Das ist doch schon schwierig, guck doch mal. Da passiert doch jetzt nichts. Ich geh jetzt ab bis am Metten. Sofort Vollgas drücken, so? Genau. Junge, drück schon. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und dein Headshot gleich. Guck mal. Vollgas drücken. Jetzt sofort durchdrucken. Das ist raus, ne? Ja, der verbrennt hier vorher schlecht. Ich glaub, da passiert nichts. Nein, einer muss mit dem Bremsreiniger und Feuer hier drunter. Vorweg, da ist Feuer irgendwo gerade drauf gewesen. So, rein damit. Geh mal den Bremsreiniger her. Warte, warte, warte. Alter. Alter. Du musst den Auspuff vorher anzünden. Ist da überall noch was drin? Was macht ihr da? Rein halt den Auspuff. Du musst den Auspuff vorher anzünden. Was? Nein, da ist die von Tim. Was? Achso. Jetzt anzünden! Ich krieg den Auspuff nochmal mit Bremsreiniger. Feuer auf zum Auspuff. 500 PS. Guck mal her. Nichts machen. Nowak, der ist schon wieder ganz ficklerig. An abbauen. Jetzt gehen wir hier jetzt ein.